Schöne Drei-Zimmerwohnung, Vor- und Intersanierung, mit Fahrstuhl wie Sie sehen, schöner Dielen- und Garderobenbereich mit Kammer, dann haben wir hier rechts gleich das Garderobenbereich, mit kleiner Diele, ostseitig, das heißt morgens geht hier die Sonne auf, in der Küche, schöne Wohnküche mit Spüle und Gasherd, wie gesagt vor und in der Sanierung, kommt natürlich neuer Fußboden rein, schöne Wohnküche ostseitig, zum Innenhof, immer morgens die Sonne, dann geht es wieder zurück zum Garderobenbereich, oben mit Ablage, dann sind wir hier wieder im Dielenbereich mit Kammer, Wohnung wird komplett saniert, dann haben wir die große Kammer am Ende der Diele, dann haben wir hier ein Schlafzimmer, Ostseitig, wir stehen sozusagen morgens mit der Sonne auf, der ganze PVC muss natürlich raus, kommt dann noch ein dichter Laminatfußboden rein, aber trotzdem superhelle Wohnungen nach der Sanierung dann. Ein Zimmer ostseitig, zwei Zimmer westseitig, dann geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich, große Zimmer westseitig, ab 15 Uhr Sonne. mit Kammer. Dann geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich mit Kammer. Dann haben wir hier das zweite große Zimmer, westseitig, ab Nachmittags, kommt natürlich auf die Sommer- oder Winterzeit drauf an, ab 14.15 Uhr Sonne. und ab 20 Uhr Sonne. und ab 15 Uhr. Dann geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich mit Kammer. Dann geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich mit Kammer. Und dann haben wir hier das Wannenbad. Mit WC natürlich, das in der Sanierung ist leider kein Schwung gerade, aber es passt schon. Jetzt zurück zum Dielen im Garderobenbereich, dann sind wir durch die Dreizimmerwohnung in der Sanierung mit Fahrstuhl auch schon wieder durch. Ich danke für's Zuschauen, euch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.